In Libyen will der Sohn des früheren Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi zur Präsidentschaftswahl antreten. Saif al-Islam al-Gaddafi habe sich dafür in der südlichen Stadt Sabah als Kandidat registriert und sich als Wähler eingetragen, bestätigte die Wahlkommission. Gegenüber den Behörden sagte al-Gaddafi, Gott werde über den richtigen Weg für die Zukunft des Landes entscheiden. Internationale Staats- und Regierungschefinnen hatten am Freitag bei der Libyen-Konferenz in Paris auf die sichere und transparente Durchführung der Wahlen in dem Land gedrängt. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl soll am 24. Dezember stattfinden. Saif al-Islam al-Gaddafi sagte, er wolle das Land einigen. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag verlangt die Auslieferung des 49-Jährigen. Zudem wurde al-Gaddafi 2015 von einem Gericht in Tripolis in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Er soll die brutale Niederschlagung der Proteste gegen seinen Vater 2011 unterstützt haben. Nach dem Tod seines Vaters wurde er von Milizen in Sintan gefasst und inhaftiert. Seit 2017 ist er auf freiem Fuß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017